Jean-Luc Banalek, bretonisches Leuchten, Kommissar Dupins, sechster Fall, gelesen von Gerd Wammeling. Evel c'est amon à bête, adreuse à gahit. Kreuz und quer, so geht's in der Welt her. Bretonisches Sprichwort. Sonntag. Die Hexe, die Schildkröte, die Palette des Malers, das Chaos, den Totenkopf. Man musste kein Bretone mit einer von Natur aus ungewöhnlich ausgeprägten Einbildungskraft sein, um sie erkennen zu können. Ebenso wie die Teufelsburg, den Heischlund, die Flasche, den umgedrehten Stiefel, die Bastille oder den Hut Napoleons, die sie bereits gestern gesehen hatten. Den Pilz, den Fuß, den Hasen. Gestern immerhin auf einem Spaziergang. Heute dagegen lagen sie am Strand und blickten von ihrem Handtuch auf die fantastischen rosa Granitformationen. Später am Nachmittag und vor allem bei Sonnenuntergang würden die Felsen auf übernatürliche Weise zu glimmen und zu glühen beginnen, als wären sie nicht von dieser Welt. Ein Chaos von gewaltigen, kurios geformten Steinen, riesigen Granitbrocken, Einzelnen oder in Wüsten Ansammlungen, die sich zuweilen hoch auftürmten. Überall um sie herum, im Meer, aus dem Wasser ragend, auf den Inselchen direkt vor ihnen, aber auch auf dem Strand, sowie hinter ihnen auf der einsamen Il Renot, zu der der großzügige Sandstreifen gehörte, auf dem sie lagen. An der gesamten Küste zwischen Treberdin und Pernpol, der weltbekannten Côte de Granitrose, waren sie zu bewundern. Rosengranit war der poetische Name des Gesteins, der den Küstenabschnitt hier im Norden der Bretagne berühmt gemacht hatte. Prominente Nationalsymbole waren daraus geschaffen worden, das Hôtel de Ville in Paris, das große Charles de Gaulle-Monument in Colombie-les-Deux-Églises, das berühmte Croix de Lorraine. Sogar in Los Angeles, Budapest und Sevilla standen Gebäude aus dem legendären Fels. Bereits die Bewohner der Jungsteinzeit hatten ihre imposanten Bauwerke aus dem seltenen Tiefengestein geschaffen, das nur an wenigen Orten der Welt so prominent an die Erdoberfläche kam wie hier, im kanadischen Ontario, auf Corsica, in Ägypten und in China. Sogar in Los Angeles, Budapest und Sevilla standen Gebäude aus dem Landkreis-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux-Deux- Untertitelung des ZDF, 2020